Weiter geht es mit einer wunderschönen Weihnachtsnummer, die wir erst vor einem Jahr entdeckt haben, obwohl sie im ganzen spanischsprachigen Raum sehr bekannt ist. Hier in Deutschland noch nicht so, da waren wir ganz erstaunt. Der eine oder andere wird sie vielleicht trotzdem schon kennen. Für uns war sie neu, wunderschön, La Peregrination heißt es, die Wallfahrt. In diesem Stück geht es um die beschwerliche Reise von Maria und Josef auf der Suche nach einer Herberge. Musik 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 Musik